Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns einmal wieder das Dividendendepot anschauen. Dabei werden wir besonders erstmal auf die Dividenden schauen, denn das wird uns direkt ins zweite Thema einleiten, nämlich ich wurde wegen einer Aktie gefragt und da wollen wir einfach hier erstmal die Auswirkungen von den richtigen Auswahlen uns anschauen. Dann wollen wir uns anschauen, was muss man eigentlich quasi an Aktien oder in Aktien finden, damit sie das schaffen, um dann nachher natürlich auch ein Fazit zu schließen. Ist das zum Beispiel jetzt eine gute Aktie, um in dieses Depot aufgenommen zu werden? Wie immer ist das hier keine Anlageberatung, sondern nur wie ich selber mein eigenes Geld hier investiere. Fangen wir aber direkt hier auch an. Das ist jetzt aktuell der Stand im Monat Mai. Wir sehen hier unten einmal, dass wir schon fast wieder auf dem Niveau vom letzten Jahr sind. Hier fehlen noch 1-2 Euro, aber dann ist es auch schon wieder geschafft. Also es läuft ganz gut, besonders wenn man bedenkt, dass hier auch 13 Euro quasi in den letzten Monat gefallen sind. Aber das ist mir alles egal, deswegen nehme ich auch immer lieber gerne diese Übersicht. Wie immer hellblau sind die akkumulierten Dividenden aus letztem Jahr, dunkelblau ist mein Ziel, plus 50% und hier in dunkelrot ist es der aktuelle Stand und aktuell sind wir selbst über 100% von dem, was wir hier letztes Jahr hatten und da scheint sogar nur noch Fahrt aufzunehmen. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich überrascht, dass das Ganze so gut klappt. Und natürlich wäre das ein Wunsch gewesen, aber dass solche Wünsche auch einfach so von einem Depot geschafft werden, ist dann doch immer auch verwundernswert zu sehen. Denn man plant ja immer viel, man kann sich viel ausrechnen, aber wie es am Ende ist, da muss man dann auch schauen und damit muss man dann arbeiten. Deswegen bin ich immer halt ein Fan davon, wenig zu planen, halt nur so zu planen, dass es klappt, aber nicht nachzusehen, wo man damit 100%ig dann landen wird, sondern einfach nur daran zu glauben, wenn man einen guten Plan hat, dass dieser dann auch zu guten Ergebnissen führt. Da werden wir aber auch mal das gesamte Depot anschauen, denn ich habe ja einmal hier dieses Dividenden-Depot, aber ich habe ja noch ein anderes Depot, die mittlerweile auch fast schon Richtung gleichwertig sind. Das andere ist immer noch ein bisschen höher gewichtet, glaube ich, mit 60.000 Euro oder über 60.000 Euro aktuell. Also da ist natürlich auch noch ein bisschen Anliebe drinne. Und wir sehen hier, aktuell dieses Jahr sind wir schon fast bei 1.300 Euro. Letztes Jahr waren es fast 1.900 Euro. Und wir haben ja hier noch ein bisschen, ja, was das angeht. Wir sehen hier auch, wir uns wehlen gerade mal 31% vom letzten Jahr. Natürlich waren jetzt auch die letzten zwei Monate durch Einmalzahlung von deutschen Aktien ein bisschen höher. Aber wir sehen ja auch, selbst diesen Monat, der noch nicht mal vorbei ist, haben wir hier eine Dividendensteigerung von 26%. In den anderen Monaten war es sogar noch höher. Also sollte sich das so weiter durchziehen. Und hier sind nicht irgendwelche Monate, wo ich jetzt noch groß Bedenken haben muss. Dann muss ich wirklich sagen, dass es für mich so aussieht, als würde es hier auch über 25% Dividendensteigerung gehen. Und das, obwohl es hier natürlich ein Depot ist, das schon Richtung 1.900 Euro an Dividenden abwirft. Das heißt, wir gehen Richtung 500 Euro mehr Dividende dieses Jahr. Und das habe ich eindeutig nicht durch Zukäufe gemacht in meinem anderen Depot, oder weil ja nur da investiere ich ja quasi auf mehr. Sondern das ist wirklich dadurch entstanden, dass ich hier in Aktien investiere, die jedes Jahr ihre Dividende steigern. Und besonders schön ist natürlich auch, dass mein größter Dividendenzahler im dritten Quartal und das ist nun mal noch dreimal dieses Jahr auch ihre oder seine Dividende um 10% gesteigert hat. Und das ist Quarkom mittlerweile, glaube ich, von der Dividendenrendite Yield on Cost mäßig Richtung 6,6%. Also 10% Steigerung bei einer Dividendenrendite oder 5,5% so, war das, glaube ich, nicht bei 6%. Wenn man dann einfach überlegt, dass man manche Aktien mit einer guten Dividendensteigerung und obwohl das jetzt noch bei Quarkom unter deren Möglichkeiten ist, was ich aber auch in Ordnung finde, da kunde ich jetzt ein längeres Video zu machen, dann sehe ich einfach, dass das Ganze hier klappt. Die nächsten Quartale, Monate werden wahrscheinlich noch besser. Also ich habe da im Moment wirklich keine Sorgen, dass meine Strategie hier nicht klappt. Und dass man auch nachhaltig sehr gutes zweistelliges Wachstum, letztes Jahr war schon 11%, ist jetzt schon ein bisschen besser gewesen als 2020. Okay, da hatte ich aber auch teilweise die Konsequenzen daraus gezogen und deswegen muss ich hier sagen, scheint das Ganze so zu laufen, wie es sein sollte. Aber jetzt natürlich die Frage, das sind die Auswirkungen von meinem Plan. Was muss man hier in den einzelnen Aktien halt finden, damit ein solcher Plan von Dividendensteigerungen pro Jahr 20% auch wirklich klappt? Und dazu werden wir einfach hier mal ins Depot springen. Und dann werden uns wir die Top-Werte auf jeden Fall hier einmal anschauen. So, dann schauen wir hier noch einmal kurz auf die Performance diese Woche. Wir sehen hier 1,1% plus diese Woche. Ist auf jeden Fall wieder eine leichte Erholung gewesen, gerade die letzten beiden Tage. Und ja, mittlerweile trennt sich einfach die guten Aktien von den schlechten Aktien. Die etwas besseren Aktien kommen halt auch wieder zurück und die schlechten Aktien bleiben halt auch einfach mit ihren 70% Verlust irgendwo auf dem Boden. Und ja, also tut mir natürlich leid für alle, die in solche Aktien investiert sind. Aber man sieht ja auch bei mir mittlerweile, es ist eigentlich nicht groß viel im Plus, das was wirklich, oder viel im Negativen. Das was wirklich hier im Negativen ist, kann ich auch mehr als verkraften. Ich weiß, dass Innovative Industrial Properties gerade extrem unter Druck steht von Short-Seller. Das mache ich mir zu nutzen. Denn hier weiß man nie, das kann ganz, ganz schnell gehen bei Innovative Industrial Properties, dass sie wieder zurückkommen. Gerade Richtung halt Marktdynamiken, also Stichwort Short-Squeeze. Dann können sie auch mal ganz schnell wieder überbewertet werden. Und deswegen kaufe ich, solange ich die Chance habe. Genauso weiß ich auch, dass ich der beste Ende in Black & Decker hier weiterhin Kursverluste einfahren werde. Das war aber von vornherein geplant. Aber das Gute ist, ich kann für mich diesen Verlust einfach verschmerzen. Ich muss niemanden am Ende des Jahres hier zeigen, guck mal, ich habe die beste Performance. Sondern ich kann mir jetzt gute Aktien zu guten Preisen kaufen. Und ich bin gewillt, bei Stanley Black & Decker in den nächsten 2-3 Jahren konstant Kursverluste hinzunehmen und immer weiter zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob das in den nächsten 2-3 Jahren so sein wird. Oder vielleicht schon nächste Woche wieder hier ein dickes, fettes Plus steht. Und deswegen kaufe ich einfach gute Aktien zu guten Preisen. Und deswegen ist auch wirklich wichtig zu wissen, ja, was ist mir denn eigentlich eine Stanley Black & Decker wert? Und wenn man dann merkt, okay, die Aktie fällt unter diesem Preis, dann kaufe ich auch noch mehr nach. Und dann ist es mir egal, wie viel günstiger die wird. Denn wie Warren Buffett auch schon mal gesagt hat, der Aktienmarkt ist der einzige Markt, wo man sich nicht freut, wenn man ein Angebot bekommt. Also ich nehme gerne diese Angebote an. Und man sieht ja auch wiederum einige Aktien hier Richtung Clorox. Clorox fand ich die Entwicklung ein bisschen schwach. Die letzten Quartalzahlen waren in Ordnung. Ich schaue mir das noch ein, zwei Quartalzahlen an. Aber ich schaue mir das halt, ich mache keine kurzfristigen Entscheidungen. Ich lasse auch mal Unternehmen, auch wenn sie mal schlechte Quartale hier abliefern, auch mal ein bisschen laufen. Und deswegen, ich schaue mir an, wie entwickeln sich die Margen, haben sie eine Freisetzung zu machen, kommen vielleicht sogar die Commodities zurück. Dann natürlich auch wieder mit einem höheren EPS. Also all das werde ich mir anschauen. Aber sollte sie jetzt hier auch wieder ins Plus drehen, dann bin ich auch bereit, hier Clorox zu verkaufen. Denn ich finde, ich habe sie zu teuer gekauft. Ich finde andere Aktien aktuell interessanter. Und deswegen bin ich auch bereit, mal eine Clorox zu verkaufen. Und andere wollen sie aktuell. Gerade dieser nicht-zyklische Konsum ist gerade so ein Fluchtreflex Richtung diese sicheren Häfen oder angeblich sicheren Häfen. Und dann nehme ich das vielleicht auch mal hier mit und sage dann, okay, eine Clorox kann einfach raus. Und dafür nehme ich das ganze Geld und investiere das anderswo. Und ansonsten bin ich hier mit all diesen Aktien, die ich hier habe, eigentlich sehr zufrieden. Ich bin jetzt hier nicht dabei, auch egal, ob die im Plus sind oder im Minus, dass ich jetzt sage, okay, das sind hier Aktien, die haben mich enttäuscht. Weil, guck mal, hier VG nur 5% plus oder hier Qualcomm nur 6% plus. Nein, Qualcomm ist für mich sehr günstig bewertet, macht eine super fundamentale Entwicklung. Und deswegen ist mir das Ganze auch egal, wie das kurstechnisch läuft. Und wo wir gerade von fundamentalen Entwicklungen sprechen, kommen wir dann zum zweiten Thema. Und das ist ja, ob ich hier zum Beispiel, ich wurde gefragt, ob ich hier die Behrensen AG kaufen würde. Und hier, ja, das ist eine deutsche Aktie, geht hier Richtung Alkohol, also Destillerie. Man sieht hier eigentlich, ja, nicht wirklich wachsenden Umsatz. Also allein schon dieses Bild ist nicht besonders gut. Hier kommt man das 2017 sogar noch zu 13 Euro kaufen. Mittlerweile sind wir hier bei 6,50 Euro ungefähr, muss man dann natürlich auch immer tagesaktuell schauen. Das ändert sich natürlich schon wahrscheinlich, wenn ihr das Video schaut. Und von daher, das ist schon mal keine gute Entwicklung. Aber der Aktienkurs ist mir egal, deswegen schauen wir uns hier doch mal besser den Umsatz an. Wenn wir hier beim Umsatz sind, dann sehen wir eigentlich, dass es seit 2011 eigentlich flach gewesen. Hier ist keine Entwicklung drin. Okay, 2020, 2021, vielleicht nicht die besten Jahre. Aber auch die Jahre davor, das war auch 2018, 2019 nicht super. Aber auch wenn wir uns hier den EBIT anschauen, das ist eigentlich im besten Fall flach. Aber ohne wachsenden Umsatz und konstant wachsenden Umsatz oder zumindest über längere Sicht wachsenden Umsatz ist das für mich hier nicht besonders interessant. Und damit kann ich auch nicht meine Ziele erreichen. Denn alleine mit diesem Bild hier, was ich hier sehe, kann ich sagen, diese Aktie wird keine konstant wachsenden Dividenden zahlen können. Und dann können wir auch hier direkt in die Dividenden springen. Wir sehen ja auch, seit 2010 eigentlich eher fluktuierende Dividenden, mal stärker steigen, mal auffallen. Und wir sind hier seit zwei Jahren konstant bei 13 Cent, während es 2019 noch zu 28 Cent gibt. Also wirklich schöne Dividenden kann man sich hier nicht ausrichten. Selbst wenn man hier im niedrigsten Punkt eingekauft hätte, zu 4,91 Euro, dann sehen wir hier gerade mal 13 Cent, die wir darauf als Dividende bekommen. Und ich bin ja durchaus gewählt, eine Aktie ein bisschen länger zu halten. Und mich interessiert nicht die Dividende heute, sondern die in zehn Jahren. Und da springen wir auch hier einmal Tractor Supply Company. Das hier sieht schon eigentlich, das ist ja auch eine der Aktien, die ich am höchsten gewichtet habe. Und hier sieht man, glaube ich, auch warum. Das hier ist ja so, wie man sich das vorstellt. Es gibt eigentlich, glaube ich, wenn mir jemand einen Graph zeigen würde und sagt, ja, oder ich soll mal einen Graph zeichnen, wie sollte sich ein Unternehmen entwickeln? Dann genau so. Selbst beim Aktienkurs sind sie sehr stabil. Hier, Tractor Supply Company ist einer der Aktien, zum Beispiel mit Church & Dwight zusammen, die während Krisen eigentlich am besten laufen. Also wer halt eine geringe Volatilität gerade in Krisen will, der ist hier bei der Tractor Supply Company eigentlich genau richtig. Und das nun mal so nebenbei. Und jetzt gucken wir uns das an, wie ist das hier eigentlich mit dem Umsatz und EBIT gelaufen, wenn wir uns den Umsatz anschauen, konstant wachsen. EBIT hier mal zwei, drei Jahre etwas flacher, aber der Umsatz ist wenigstens noch gewachsen. Und ja, das ist mal in Ordnung, wenn es dann halt mal ein, zwei Jahre seitwärts geht. Ich glaube, beim EPS sah das schon besser aus. Und da brauche ich auch nicht, glaube ich, kann jeder sich denken, wie natürlich auch sich die Dividende entwickelt haben. Nämlich konstant steigend. Das hier ist, glaube ich, ein Datenfehler in 2016. Also das kann man hier, glaube ich, missachten. Und da kann man sich auch anschauen, was ist denn, wenn man hier sich nicht für die Dividende aktuell interessiert, sondern die in 10, 12 Jahren. Und dann sieht man hier, der niedrigste Preis in den letzten Jahren lag hier bei ungefähr 7 Euro oder Dollar. Ich glaube, das hier ist in Dollar. Und wenn wir uns das hier dann natürlich auch 2021 anschauen, dann sehen wir hier, dass wir etwas über 2 Dollar an Dividende bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Dividendenrendite Richtung 30%. Wenn ich das jetzt auch mal im Kopf ausrechne, wahrscheinlich ein bisschen drunter. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und 30%ige Dividendenrenditen, das ist doch das, was man eigentlich hier haben will. Dabei muss nicht jede Aktie immer so perfekt sein. Es gibt auch andere Aktien, da sieht es ein bisschen anders aus. Wenn wir uns hier die Ahold Delays anschauen, dann sehen wir hier eigentlich zwischen 2007 und 2014, ja, relativ flach. Aber in den letzten Jahren macht das Management sehr gute Entscheidungen. Und das lässt sich hier auch wirklich beobachten. Dann schauen wir uns das Ganze an. Wenn wir hier dann auch runtergehen, wieder Richtung Umsatz und operativer Gewinn, also EBIT, dann sehen wir hier das gleiche Bild. Ja, wir hatten zwischen 2007 und 2014, also wirklich 7 Jahre Durststrecke. Aber was in den letzten Jahren ist, und da muss man halt sagen, okay, wird das halt auch wieder so bleiben? Für mich eigentlich ja, und da habe ich der Ahold Delays halt das Vertrauen gegeben. Und da wurde ich auch nicht enttäuscht. 2019 gekauft, glaube ich, oder 2020, aber auch 2021 sieht alles in Ordnung aus. Und dieses Jahr wollen sie halt noch recht viel investieren, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Das drückt einmal natürlich aktuell auf den Kurs, aber wir sehen hier konstant steigenden Gewinn, konstant steigenden Umsatz. Und damit können wir uns eigentlich auch schon wiederum die Dividenden ausdenken. Und hier sieht man auch, ja, hätte man hier zum Tief gekauft, natürlich 2008 hätte man eigentlich alles kaufen können. Dann ist es aktuell so, dass man hier 95 Cent Dividende bekommt. Und das gerichtet natürlich hier auf einen Aktienkurs von 7 Euro, dürfte es dann hier wiederum sein, weil das natürlich eine europäische Aktie ist. Dann ist man über 10% Dividende und die wird auch recht gut gesteigert. Was man hier sieht, sind einmal die Auslegung von Sonderdividenden und das Auszahlungsmuster, was sie aktuell haben. Denn letztes Jahr, wirklich im Kalenderjahr, gab es nur 83 Cent. Das ist komplett richtig hier angezeigt, also das ist kein Anzeigefehler. Aber wenn man sich anschaut, wie sie Dividenden zahlen, dann ist nämlich die letzte Dividende für 2021 jetzt gekommen, letzten Monat. Und das bedeutet natürlich, dann müssen wir nicht aufs Kalenderjahr schauen, sondern eher aufs Fiskaljahr. Und da im Fiskaljahr die Dividendenkonstanz steigen, sehe ich das Ganze auch recht positiv. Besonders, wenn man sich hier auch einmal anschaut, mit der Sonderdividende Richtung 2015, die man hier auch bekommen hat, dann hätte man einmal hier einen saftigen Zahltag bekommen. Und wenn ich jetzt mich nicht täusche, dürfte es natürlich auch Richtung 25% gehen. Und das ist natürlich dann auch wiederum ordentlich. Und hier sieht man auch wieder einen konstant wachsenden Chart einfach, was den Preis angeht. Also Behrensen Group ist natürlich berechtigt hier seit mehreren Jahren einfach nur in einer Seitwärtsbewegung, da sie auch fundamental nicht wirklich konstant steigenden Gewinn und konstant steigende Dividenden einfach hier hinbekommen. Also deswegen, wenn ihr euch eine Aktie anschaut, achtet darauf, dass sie konstant steigende Gewinne zahlt, konstant steigende Umsätze auch hat. Denn nur daraus kann man auch konstant steigende Dividenden zahlen. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.